Hey, hier ist die Clara von Westing. Ihr wollt euren Freunden eine Freude machen und ein Geschenk verpacken. Ich habe hier die absoluten Basics für euch vorbereitet und ich zeige euch Step by Step, wie es funktioniert. Los geht's! Und dafür braucht ihr wirklich überhaupt nicht viel und zwar einfach nur Geschenkpapier, Klebeband, eine Schere, Geschenkbänder und natürlich auch das Geschenk und ich habe hier schon ein paar richtig schöne Schächtliche vorbereitet für euch. Ich habe mich heute für dieses Geschenkpapier entschieden. Das hat so einen ganz, ganz schönen Print mit Eukalyptus und das ist wirklich ein richtig toller Blickfang. So, zum Ersten muss man sich fragen, reicht das Geschenkpapier überhaupt. Das könnt ihr ganz easy, einfach ausprobieren, ausholen und so seht ihr, ob es von allen Seiten passt. Wichtig, wie wird zu groß als zu klein. Schon habt ihr den perfekten Zuschnitt. So, zum Ersten müsst ihr das Geschenk natürlich umdrehen. Ich knick das immer gerne um. Dann sieht man nämlich nicht genau den Rücken des Geschenkpapiers und dann hat es irgendwie eine schönere Struktur. Und jetzt ganz, ganz wichtig, dass es wirklich stramm und fest hält, fixiere ich schon die erste Seite am Geschenk. So, jetzt sitzt das hier schon richtig stramm. Ich kann daran ziehen und kann die andere Seite ganz, ganz easy befestigen. So, jetzt seht ihr, das Geschenk ist schon ein bisschen lang an den Enden. Das heißt, man kann es aber ganz, ganz easy einfach ein bisschen mit der Schere abschneiden. So, perfekt. Und jetzt sehe ich, das passt wirklich super. Und jetzt knicke ich die inneren Seiten ein und fixiere die schon mal mit meinen Nägeln, dass ich die wirklich richtig gut knicken kann zum Schluss. So. Die Enden einfach ganz easy die Spitze umklappen, weil so sieht es immer wirklich viel, viel schöner aus. Dann an das Geschenk herangeklappt und jetzt die untere Seite exakt genau gleich so die Spitze umklappen und darüber. Und so habt ihr wirklich ein ganz, ganz schönes Ende, ganz schön Verschluss und das könnt ihr jetzt ganz easy noch befestigen mit jedem Band. Perfekt. Das andere Ende, bei den Enden, genau das Gleiche. Perfekt. Ich finde, ich habe die eigentlich ganz gut hingekriegt. So, der nächste Step ist das Geschenkband und jetzt müssen wir schauen, dass wir das auf jeden Fall richtig abschneiden. Also ich habe hier das Geschenk und wir fangen ja von unten an. Also das Geschenk liegt wieder auf dem Rücken. Und jetzt kann ich mal ausmessen, wie viel Band wir überhaupt brauchen. Da wir ja wirklich einmal längs und einmal andersherum mit dem Geschenkband wandern. Wichtig ist immer schräg abschneiden. Das ist wirklich auch ein schönes Ende hat. Jetzt habt ihr das Geschenkband. Die richtige Länge. Und jetzt geht es auch schon ans Verpacken. Das ist auch mein Favorite Part. Und zwar habt ihr das hier einmal längs. Dann zieht ihr das Band ganz, ganz straff. Und wir sind ja hier auf dem Rücken quasi. Dreht das Geschenk. Habt es immer noch straff. So, dass ihr hier quasi wirklich, dass ihr seht, dass es wirklich richtig, richtig straff gezogen ist. Dreht das Geschenk um. Legt es flach auf dem Rücken mit ein bisschen Druck, dass auch noch ein bisschen der Knick unten flach gedrückt wird. Und dann könnt ihr eine richtig, richtig schöne Schleife machen. So. Wieder festziehen. Ihr könnt natürlich jemanden fragen, der für euch auf den Knoten einen Daumen hält oder so. Aber man kann das auch ganz easy alleine machen. Doppelknoten, sehr, sehr wichtig. Und jetzt fehlt nur noch die Schleife. So. Perfekt. Und jetzt kann man nur noch die Enden entweder abschneiden oder so lassen. Ich mag es ja persönlich auch manchmal gerne so. Aber ich schneide jetzt die Enden einfach nochmal schön ab. Dass die Länge auch perfekt aussieht. So. Fertig ist das Geschenk. Und ich hoffe, es hat euch wirklich sehr, sehr gefallen. Falls ihr irgendwie Tipps noch habt oder was ich verändern kann, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis ganz bald. Euer Klara. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020